Das ist jetzt mein allerletzter Protein-Candy-Bar Hazelnut Nougat von Ahead. Und so lange muss ich bis zum Land schweiten, bis zum 31.1., ich wollte schon 12. sagen. Und wie schon erwähnt, ich kann ihn nur empfehlen. Der schmeckt wie eine Sünde, ist es aber nicht. Wie Ferrero Rocher oder Nutella mit richtig vielen kleinen Haselnussstücken. Richtig leckere Schoki in Vipraliné, also Foodporn pur. Ich habe mir direkt zwei Packungen gekauft, A14 Riegel, also große Empfehlung. Und mit Soulfoodreise spart ihr nochmal 10%. Und ihr kriegt immer eine Menge Gratis-Produkte auch bei euren Bestellungen dazu. Und nochmal von innen also, so ich habe ihn umgedreht, also so eine richtige cremige Füllung innen drin. Und mit Soulfoodreise spart ihr haltet.